Das ist der da oben. Ach komm. Gumm, gumm, bis näher. Er kriegt keine Gießkarte. Aber es ist geil. Ich mag den Auftritt sehr, weil das genau diese ganze Live-Energie, die uns da irgendwie damals auch echt bekannt gemacht hat. Auf kleinstem Raum in der Kneipe, das war total cool. Das war die Stärke, wa? Das hat's auch gemacht. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus unseren Memoiren. Sozusagen. In Bildform. Krass. Da gibt's noch viel, viel mehr. Aber da habt ihr schon ein paar Highlights rausgepickt. Aber macht Spaß. Sehr gut.